Ja, die Hintergründe von der Werbung, die Influencer auf Social Media schalten, ist oft überhaupt nicht durchsichtig, nicht einsehbar, was da auch verschiedene Formen gibt. Manchmal ist es so, dass Influencer-Produkte kostenlos zugesandt werden, oft verbunden mit der Bitte oder der Aufforderung, das dann auf Social Media in den Postings zu platzieren. Manchmal ist es auch so, dass Geld gezahlt wird dafür, dass die Produkte platziert werden. Und manchmal ist es aber auch so, dass Influencer sich quasi freiwillig für ein bestimmtes Produkt entscheiden und das dann ohne, dass die Firma, die das Produkt verkauft oder herstellt, überhaupt was davon weiß. Aber in allen Fällen handelt es sich eben um Werbung, die auch als solche gekennzeichnet werden muss. Weil die Influencer sich sozusagen auf eine Ebene mit den Followern stellen, ist es eine direkte Ansprache. Es wirkt fast oft schon freundschaftlich, wie die Follower angesprochen und kontaktiert werden. Und darum ist die Werbung dennoch oft nicht mehr als solche erkennbar. Ich denke, dass Follower sich dadurch schon beeinflussen lassen, denn es ist ja so, dass die Influencer auch als Idole angesehen werden und denen eben auch eine besondere Kompetenz und ein Expertenwissen in manchen Gebieten zugeschrieben wird. Und darum wird da schon ein besonderer Wert auf deren Meinung gelegt. Aber man muss trotzdem beachten, man weiß nicht genau, wie solche Tests dann überhaupt vonstatten gehen. Und da kann man schon große Zweifel daran haben, dass diese angeblichen Tests oder auch Produktbewertungen überhaupt neutral und objektiv passieren. Oft kann man das daran erkennen, dass mit dem Test eben auch eine Kaufempfehlung ausgesprochen wird. Also dass die Influencer sagen, ja, geht mal auf diese Seite und dann direkt auch schon einen kurzen Link dazu posten, vielleicht sogar auch noch einen Rabattcode angeben. Also man wird stark verführt, ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Bei neutralen Tests ist das in der Regel nicht der Fall. Da werden auch die Kriterien offengelegt, anhand derer das Produkt überhaupt bewertet und getestet wurde. Und daran kann man dann erkennen, dass im Hintergrund eben auch keine Provisionen fließen, sondern dass das ein neutraler Test ist. Oft ist es so, dass man dann in so einer Influencer-Werbung auch direkt auf einen Link verwiesen wird, dem man dann folgen soll, um ein bestimmtes Produkt zu kaufen. Da ist es ganz wichtig, dass man vor dem Kauf, also bevor man sich dazu entscheidet, auf den Kaufen-Button zu drücken, erst mal schaut, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Was ist das denn für ein Shop? Sind die seriös? Haben die vielleicht schon Bewertungen anderswo im Internet, dass man da nicht vielleicht in eine Falle tappt, viel Geld bezahlt und am Schluss im schlimmsten Fall überhaupt keine Ware geschickt bekommt? Und... ...